Raus! Ja, ja, meine Aufgaben, meine Aufgaben habt ihr erledigt, ja ne, ich bin stolz auf euch. Wallah, aber ich mach trotzdem, gib her. Hat jemand Fotokamera für mich? Hier. Ich hab nur Buch, oldum. Buch nicht, aber, danke. Oh ne, das ist einfach. Einfach Profi, digga, ich, boah, ich kann LKW-Training gehen, amen, amen. Mach den PC an, extra, damit ihr denkt, er hat gehuntet, amen, amen. Er lacht. So, ich mach hier bisschen unordentlich, Moment. Okay. Was ist das für ein Chaos? Probier ich schon wieder. Warte, wir machen nur kürzische Bar. Diese Wohnung wird nicht mehr bewohnt, also mach ich doch das türkische Flohmarkt. Hier, Hundebild kannst du auch kaufen, einmal neu, kannst du ja Mama schenken, Tasse, Teller. Stippe, hast du noch an. Weil, ich... Ey, das war Vibrator, alles gut. So, genug Schuhe, keine Ahnung, wem das gehört, amen, das stinkt. Sind die ungewaschen. Rot, brauchen wir nicht zu diskutieren. Die selbe Scheiß wie eben gerade. Das hat Rollt gesagt vorhin. Rollt hat er gesagt. Rollt hat er gesagt. Erstmal heißt es, nicht amen neu, sondern amen nach Kultum. Und die wir hier raus. Ich hab ihn bei dem Plan. Mal nicht. Phew, hm, 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 hm. Hahaha, ha, 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 ha. Na, greife ich nicht. Ach du weißt, ich dachte ihr wisst gerne, ihr wisst gerne, was ihr selber macht, aber wenn sie sich mit einer Wüste an, was ihr wisst. Doch, wir machen Spaß, ein bisschen Spaß hier. So was nennt man Entertainment auf YouTube, mein Lieber. Was? Versteht nicht, was man durch den Funk sagt und der andere, ja der andere, ach, macht immer gar nichts darüber, was der macht. Der macht ein YouTube-Video grad, der hat 55.000 Follower. Aber wir haben dich doch lieb. Alles gut, mach keine Gedanken. Wir spielen weiter. Aber wir haben dich doch lieb. I love you man, I love you. Ein Schole-Shake. Götünde, Muruk, götünde. Wir kommen bei uns. Tamam man, Pietsch. Götünde, skimsenen. Warte mal, hier ist irgendwas auf dem Boden, das braun ich. Wie ağlıyor, götünde, skim. Was ist das für eine Scheiße? Wie er die will. Aber ich hör einfach gar nichts. Ich hör auf den Chips. Zeigst du mit mir Chips? Ja. Ich mach meinen Mund auf, rein. Ich schieb dir nicht so ein Ding in die Fresse, dann kannst du auch den Mund aufmachen, aber dann hast du Kieferbruch. Geht bitte um mein Ohr. Wie heißt du denn? Wann sitzt du denn? Wann sitzt du denn? Ui. Einfach, mein Sohn. Der andere, ich weiß nicht, der vor mir, ich glaub der ist doch noch jünger, oder? Ja, ja. Ich glaube schon, ich kenn den nicht. Warte, ich untersuch mal. Also der gehört erst. Der gehört zu uns. Der zu schwarz, der gehört zu mir. Was guckst du mich überhaupt an? Guck dich mal an. Bevor du mich ansprichst, guck dich. Naja, egal. Lass mich jetzt am PC sein. Ah. Okay, komm, wir finden jetzt los, dass wir reißen. Los geht's. Ja. Ja, warte. Ach so läuft das jetzt. Das war mein Start-Signal. Ich verstehe. Okay, der ist witzig. Jassen, der ist witzig. Ey, ach so, wenn ich Spaß mache, dann nicht, oder was? Doch, du sowieso. Mann. Nein, anscheinend, er kann Spaß machen und ich nicht, oder was? Sikere Mama, nein. Oh, auch mal mit. Hallo. Ich bin die Sentinman Barbie. Würdest du bitte ins Buch schreiben? Danke. Mach die Tür wieder auf! Was? Das darfst du niemals tun bei mir! Oh. Mann, die ganze Wohnung schallt da mal nacheim. Schrei mal nicht so rum. Töger. Oh! 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 Noah, hör auf damit. Das macht Katzen verrückt. Wenn du Kartoffeln in den Mund nimmst, dann lachst du. Köppich. Wo war Köppich? Seine Köpfe nicht seke. Komm mal her! Au! Au! Au Mone! Er lacht, dass ich kaputt muss. Er denkt auch, hier ist lauter jetzt nicht. Also, ich möchte nicht noch einmal sagen, aber wir haben... Man versteht einfach gar nichts. Warte mal. So, wir haben Dots. Das ist so schwer, seine Box zu verstehen. Minibox? Na weißt du was? Du sagst Box, als wäre doch ein Box! Minibox! Was? Du sagst ja dann. Boah! Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Lass mich allein, lass mich allein! Scare ma, man! Dann bleib draußen! Oh, wow! Oh, 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 oh! Oh, da ist er! Oh, oh my god! Er denkt auch, ich bin Schlechtiger. Ich bin bester als sein Level 2000, Alter. Obwohl ich nur am Tag nur eine Stunde spiele, deshalb die Frist... Ne, ne, der lebt noch, noch. Der ist gut, es ist nur sein Smurf-Account. Glaub ich auch. Ich glaube auch, dass der gut ist. Ja, genau. Hey, Yasin! Der hat gerade gesagt, der denkt sowieso, dass das dein Smurf ist und dass du gut bist. Ja, ich weiß, ich hab's gehört. Weil du viel Scheiße wirst. Warum kann ich das gewandwenden, oder was? Nein, der meint es. Die Leute, die viel Spaß und Scheiße machen, die können das Spiel einfach in- und auswendig. Ach so, ja, ja. Und der meint einfach, dass du gut bist, weil du halt so viel Blödsinn machst. Ich hab keine Ahnung vom Spiel, ich war immer noch nicht. Alter, hast denn deine Stinkstiefel stehen hier? Was war los, Mann? Die waren deine, deswegen stinkt die auch. Gibt Sinn, oder? Oh, mein Maul! Ah, ah, deswegen lagen die auch unter dem, äh, 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 Schulregal anstatt oben. Ja, einer muss ja im Haus Ordnung halten, oder? Ja, merkt man, deswegen stinkt sie auch. Hier, ich hab was mitgebracht für dich. Nimm dieses Hundebild einfach mal schicken. Passt zu dir. Nee, ich hab schon genug Bild da von dir daheim hängen. Ah, ehrlich? Der liegt, dann, der liegt, Bruder, geht. Ey, ey, ich nimm das mit, nimm das mal mit. Ihr, nimm das und tschüss. Ich schmeiß dich mit dem Schuh ab, wenn du mir keinen Chips gibst. Ah, ach so, ach so, wenn ich alleine bin, hunted der, oder was? Du kleiner Wichser, ich schreie dich gleich so an, Digga. Fuck der mich ab. Ah, Mann, du viel Schwanz du geschluckt hast, Digga, das will ich gar nicht wissen. Jetzt hör mal auf damit. Hand doch vorbei. Meine Güte, hat der Yara gemunt. Komm, komm, komm. Einfach bestes Beispiel, ich schwör. Hoch. Ich glaub, bei mir knacken. Ich glaub, ich hab jetzt auch Chips. Yasin, gib mir Chips. Ja, mach Mut auf. Huch, 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 huch. Hi, wir sind fertig, wir können gehen. Juhu, welcher Geist ist das? Ja, folter Geist. Ich könnt mich gerne, ich könnt mich gerne drinnen lassen, kein Problem. Ich geh extra rein, hier. Ich könnt mich gerne abonniere, und wenn ihr mich nicht abonniert, dann... Scheiße, ich hab mein Soundpad nicht an. Na, los ist das. Oh, die Geistbeater hat einen schwarzlosen Esel, fliegt eine Esel-Ficker. Na, guck du, und er sagt zu mir, geh groß, und dann geh ja klein. Du behinderter Spass, Alter, hier. Ich hab so geschrieben. Geh? Ich hab so geschrieben. Ich hab so geschrieben. Ich hab so geschrieben. Ich hab so geschrieben. Okay, wir sind... Poltergeist. Poltergeist? Poltergeist? Wo ist Poltergeist? Muruk, hier. Poltergeist. Poltergeist. Also Noah, ab jetzt rüber. Okay, tschüss. Ich liebe dich, tschüss. Fickt eure Mütter. Poltergeist. Folie war jetzt.